Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender, heute mit dem Vokalkor aus Burgau unter der Leitung von Herrn Modersohn. Und wir singen zusammen, nun kommt der Heidenheiland Nummer 4 im Gesangbuch. Viel Freude, singen Sie mit! Amen. Nun kommt der Heidenheiland, der Jungfrauenkind erkannt, der sich unter alle Welt Gott solch Gebot dir gestellt. Er ihn aus der Kammer sein, den kühligen Saal so rein, Gott verkauft und wäschbar hält, sein Weg er zu laufen eint. Sein Lauf kam vom Vater her und kehrt wieder zum Vater, fuhr hinunter zu der Hölle und wieder zum Gottesstuhl. Dein Krippen glänzt hell und klar, die Nacht, die er neulich gab, dunkel aus Sicht kommend rein, der Glaub' mein Himmel im Schein. der Glaub' mein Himmel im Schein. Lob sei Gott, dem Vater getan, Lob sei Gott, dein eigen Sohn, Lob sei Gott, dem Heiligen Geist, immer und in Ewigkeit. Gott sei Gott, dem Heiligen Geist, Untertitelung des ZDF, 2020